Wipfeld hat auch in Sachen Theater einiges zu bieten. Genauer genommen die Bürgerbühne Wipfeld und hier in der ehemaligen Schule gibt es die Probewerkstatt. Und da bin ich jetzt mit dem Max Sauer verabredet und ich schaue mal, vielleicht kann er mich ja als Schauspieler gebrauchen. Da ist er ja, der Max Sauer. Hallo, Servus. Hallo. Danke, dass ich hier in eure Probebühne eintauchen darf. Ich habe ja ein bisschen überlegt, ob ich bei euch bei der Bürgerbühne Wipfeld vielleicht als Aushilfsschauspieler beginnen könnte. Sehr gerne. Genau hier suchen wir immer unsere neuen Schauspielerinnen und Schauspieler oder auch Bühne, Kostüm und so weiter. Also ihr seid multiflexibel. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja gestaunt, ihr seid ja 2019, ging es los mit der Bürgerbühne Wipfeld. Aber ihr habt schon drei Stücke auf die Bühne gebracht. Und wenn ich mich hier so ein bisschen umschaue, das sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Zeitreise, was du da aufgebaut hast, oder? Ich habe ein bisschen was mitgebracht, und zwar aus den unterschiedlichen Stücken. Wir haben schon 2018 zum Ortsjubiläum angefangen. Okay. Da wurde Wipfeld selbst zur Bühne und wir haben uns mit Wipfeld beschäftigt. Und dieses Stück hatte dann 2018 Premiere und war so toll und hat alle begeistert, dass wir gesagt haben, jetzt macht ihr was Festes draus. Okay, ihr macht was Festes draus. Das heißt, ich nehme an, die Zeitreise geht in die Richtung weiter. Was Festes draus, das ist auch fest. Es sieht ein bisschen nach Käse aus. Es soll ein Käse sein, den der Theatermacher im gleichnamigen Stück mitgebracht hat. Aber es ist natürlich eine Kulisse. Genau, also er riecht nicht, er ist aus Styropor, ich kann alle beruhigen. Und wenn ich das hier anschaue, dann denkt jetzt vielleicht einer, wow, haben die in Wipfeld, Asterix und Obelix mit Hinkelstein gespielt. Nein, wenn ich das hier lese, dann habt ihr euch an etwas viel Tiefgründigeres herangetraut für eine Bürgerbühne. Ja, das war das erste Stück, in dem wir uns auch mit einer neuen Autorin beschäftigt haben, nämlich Judas von Ludwig Kemanns. Und darum ging es natürlich um die gleichnamige Hauptfigur. Aber wir haben das zu einem sehr spannenden Live-Event mit unterschiedlichen Kameras und Bühnen ausgestattet, sodass es ein großes Projekt wurde hier in Wipfeld. Und das war unser letztes großes Ding, genau. Wenn du sagst, wir, dann habt ihr 90 Leute mittlerweile im Verein. Das ist ja wirklich eine große Nummer für die Kürze der Zeit. Und was gibt es da alles für Aufgaben, wenn ich bei euch Mitglied bin? Kostüm vielleicht, wie ich hier sehe? Natürlich, genau. Kostüm, alles, was man im Theater braucht. Kostüm, Bühne, Requisite und so weiter. Und wir, das sind meistens immer 30 bis 40 oder 50 Aktive sogar pro Projekt. Also wir sind immer ein sehr großes Team. Ideen gebe ich manchmal mit rein, manchmal kommen sie aus der Gruppe und dann wird gemeinsam daran gewerkelt. Wenn du sagst, du, dann bist du ja hier der künstlerische Leiter. Du hast angewandte Theaterwissenschaften studiert, bist hier vor einigen Jahren nach Wipfeld gekommen. Wie haben sie denn da reagiert, die Wipfelder? Also das ist ja schon nicht üblich, sage ich jetzt mal. Man musste sich auf jeden Fall an die Kunst gewöhnen und man musste auch schauen, wie das wird. Aber es war auch schön, alle immer mitzunehmen. Und dann am Ende, das Ergebnis war toll und hat alle begeistert und darum ging es dann. Es ist natürlich nicht einfach am Start, aber dann wird es schön. Wenn du sagst, alle mitzunehmen, wir haben die Kostüme, wir haben jetzt hier die Requisite, was sehe ich hier noch? Also ich denke, damit geht es wahrscheinlich los. Das ist so die Geburtsstunde eines Stücks, nehme ich mal stark an, wenn ich das hier lese. Das sind die ersten Entstehungen eines neuen Stücks. Kleines Modell, kleine Ideen und dann wird gemeinsam daran weitergedacht. Und was wünschst du dir eigentlich noch für die Bürgerbühne? Hast du da so eine Vision, wo du sagst, hey, da möchtest du gerne mit deinen Schauspielerinnen und Schauspielern und Mitgliedern hin? Schon gerne weiter neues Theater ausprobieren, mit anderen Künstlerinnen zusammenarbeiten, Wipfeld auch noch mal ganz anders entdecken. Ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial. Und wir haben drei tolle Projekte bisher gemacht und ich glaube, die nächsten folgen und sind schon auf jeden Fall schon in der Pipeline. Genau, ein bisschen was könnte man hier ja schon erahnen. Ich danke dir auf alle Fälle schon mal sehr, dass wir so einen kleinen Einblick hier bekommen konnten. Und wir zwei beide versuchen jetzt mal, hier diese Kulisse zu erkunden. Danke dir auf alle Fälle. Sehr gerne. Ja, das ist unser neues Stück eigentlich. Wir haben ein kleines Klavier, eine kleine Leiter. Ja, das ist unser neues Stück.